Das ist super spannend, das finden auch viele unserer Zuschauer, deswegen wird hier zahlreich zugeschlagen. Wir haben Ihnen in dieser Sendung unsere Sonnante Carsten Grafnick jetzt hier dieses Set, wie wir es aufgebaut haben. Es geht darum... Linken, zu Ihrer Rechten haben wir natürlich den größten Vertreter derzeit und das Gerät ist... Doch, das gerne abnickt mit dem Laptop, habe ich dich die letzten Tage mal stehen, mal sitzen sehen. Richtig, genau. Da geht aber so ein Akku auch mal schnell leer, ne? Ja, natürlich, ne? Also gerade wenn die Schöne von der Wohnung rauslegen muss... Sehr diplomatisch formuliert, ich hätte es gesagt, das blöde Kabelgeschisse, was ich da immer draußen aufbauen muss. Du hast es auf den Punkt gebracht, ja. Möchte ich jetzt gar nicht mehr unbedingt haben, Sie kennen das alleine beim Laden eines Laptop. Ne, Vorfreude ist die schönste Freude, da müssen Sie lichtlange drauf warten und haben dann direkt Ihre Steckdose dabei. Das ist jetzt aber auch ein tolles Accessoire, was da perfekt dazu passt, was du gerade in der Hand hältst. Ja, und da muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht komplett ins Schwärmen gerate und mich dabei auch noch ein Stück weit überschlage. Sie wissen, wir haben diese mobilen Energiereserven in unterschiedlichsten Varianten für Sie. Das ist ein Naturereignis oder war das eher so eine Art, die Handwerker sind im Haus? Die Handwerker waren bei mir. Es war auch Gott sei Dank. Mal 4,74 Euro übrigens jederzeit wiederverwendbar. Das muss man auch. Einige kleine Bieste angenommen, die es einem schwer machen. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum das perfekt für Männer sein soll, weil Frauen mögen es auch gerne sauber und ich mag auch gerne saubere Felgen. Aber ja, das ist schon mal ein schönes Anwendungsgebiet. Aber auch hier super Wohnungen erstellen und weiß noch mal, und ich starte Ihnen mit der App, die kommt nämlich kostenlos zu Ihnen nach Hause. Schauen Sie mal, Sie haben hier sieben verschiedene weiterentwickelt worden. Das ist das neueste und aktuellste Modell, was Sie hier bekommen können. Alles andere passiert vollautomatisch. Und er sagt dir auch noch mit einem leichten Piepsen, ich bin fertig. Er redet sogar mit dir. Ja, er redet mit einem. Das ist unglaublich, was die Technik alles kann. Und so sehen... Einmal ist ein ¿Wihil ist ein Wihil ist ein Wihil? Ich bin ein Wihil ist ein Wihil ist ein Wihil. Das ist ein Wihil ist ein Wihil. So sehen Sie mir das Mal. Und so sehen Sie, dass das Wihil ist ein Wihil ist. Und so sehen Sie, dass wir auch die Technik alles einmal in das Wihil ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020